Willkommen in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ist ein malerisches Land, das für seine Gastfreundschaft und seine einzigartige Natur bekannt ist. Hier erleben Sie eine unglaubliche Vielfalt an Landschaften. Warmes und sonniges Wetter, Berührung mit den Ursprüngen des nomadischen Lebens und Traditionen und helle und unvergessliche Eindrücke. Entfliehen Sie dem Trubel der Stadt und besuchen Sie unsere wunderschönen Regionen, deren Bewohner berühmt sind für ihre Freundlichkeit, Offenheit und Herzlichkeit. Unsere J-Loos werden jeden Gast wärmen und ihn mit Licht füllen. Sie werden atemberaubende Horizonte eröffnen und sie mit alten Legenden aus der Zeit der großen Seidenstraße unterhalten. Erleben Sie eine aufregende Wanderung und genießen Sie die atemberaubende Schönheit der Berge. Hier in Kyrgyzstan sehen Sie einige der höchsten Gipfel der Welt, werden von den schneefreien Seen beeindruckt sein, unseren schnellen Bergbächen folgen und Orte besuchen, wo Schneeleoparden wanderten. Die Sonne lebt hier. Hier werden Legenden wahr. Das Herz Zentralasiens schlägt hier. Kyrgyzstan. So viel zu entdecken. Willkommen in Kyrgyzstan. Schnellig. Untertitelung des ZDF, 2020